Vor einigen Wochen hatte ich Gelegenheit, ausgewählten Journalisten unser neues Integrationsmodul SmartConnect vorzuführen. Und es ist mir dabei wirklich gelungen, Sie zu begeistern. Wie? Das zeige ich Ihnen jetzt. Mit SmartConnect können Sie Ihren DocuWear Dokumentenpool in jede beliebige Anwendung integrieren. Ich zeige Ihnen das jetzt am Beispiel der Outlook-Kontakte. Das ist hier unsere Inhouse-Installation. Und nehmen wir mal an, ich möchte hier aus dieser Kontaktmaske heraus direkt auf alle Dokumente zugreifen, die hier für den VOI bei uns im Dokumentenpool abgelegt sind. Wie richte ich das nun ein? Ich öffne dazu den SmartConnect-Konfigurator, und zwar direkt in meinem Browser. Dort lege ich eine neue Smart-Suche an. Ich erhalte sämtliche Archive, die bei uns installiert sind, angeboten und wähle unser DocuWear-Archiv aus. Als nächstes fotografiere ich die Maske, in die ich die Integration des Dokumentenpools einbinden möchte. Ich klicke hier einfach auf mein Outlook-Fenster und bestätige die Auswahl. Das Fenster erscheint jetzt hier in meinem Konfigurator. Als nächstes teile ich SmartConnect mit, woran es das Fenster erkennen soll. Typischerweise anhand der Titelleiste. Nachdem diese Titelleiste Variable Komponenten enthält, muss ich hier den Variablen-Teil mit einem Stern ersetzen, damit nachher meine Integration auch mit jedem Kontakt funktioniert. Nun sage ich SmartConnect anhand welches Begriffes auf dieser Maske die Dokumente herausgesucht werden soll. Ich wähle das Rechteck-Werkzeug und ziehe ein Rechteck hier über mein Feld Firma. Und nun weise ich dieses Feld Firma dem Indexfeld meines Archives zu, nämlich in unserem Fall dem Indexfeld Company. Und als zweites platziere ich einen Knopf in die Maske. Diesen Button setze ich am besten hier direkt neben das Firmenfeld und gebe ihm den Namen Dokumente. Nun bin ich auch schon fast fertig. Ich könnte hier die Konfiguration weiteren Benutzern zuweisen und muss ihr jetzt lediglich noch einen Namen geben, etwa Integration Outlook. Und wenn ich jetzt meine Outlook-Maske das nächste Mal öffne, sollte hier die Integration erscheinen. Und hier haben wir den Knopf. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, öffnet sich mein Browser-Fenster und zeigt mir sofort sämtliche Dokumente zur Firma VUI an. So einfach geht die Integration des Docuware-Dokumenten-Pools in jede beliebige Anwendung. Ja, und die Journalisten hat am meisten begeistert, dass sie selbst das Gefühl hatten, dass sie das alleine einrichten könnten. Und hier haben wir den Knopf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020